So Kinder, fang mal an, fang mal an, die Zeit dringt. Fang mal endlich an. Ah, Gäser, hallo, ich bin's dir, der Dean Böhler. Guten Morgen! Danke! Das war deine große Chance, das war keine große Chance, verstehst du? Das war eine ganz, ganz große Scheiße. Wenn du weiter so frech bist, Margit, dann schicke ich dich nach Tunesien auf Urlaub. Aber wir lassen uns einfach von einer mir befreundeten rumänischen Schlepferwande hinbringen. Da esse ich lieber. Das Hasel ist nicht tot, nein. Der schläft nur. Prost! In meiner Wohnung wasche ich die eine oder andere Leiche schwarz. Steigen Sie ein und steigen Sie auf. Gratis-Info im Studienhandbuch für über 100 Berufe. Danke! Bitte! Bitte! Danke! So! Bernhard, mein Freund, wie hat's dir gefallen? So, sind wir fertig, haben wir den Chance auch hinter uns. Was ist der nächste Termin, Margit? Was ist der nächste Termin, Margit? Was ist der nächste Termin, Margit? Was ist der nächste Termin? Was ist der nächste Termin?